Hallo und guten Tag. Mein Name ist Jörg Thomsen. Ich bin seit zwei Jahren im Vorstand des Foskes e.V. aktiv. Ich möchte meinen kurzen Einblick in unseren E-Mail-Posteingang geben. Dafür habe ich mal ein paar Mails mir rausgesucht, die repräsentativ sind und hier anonymisiert in die Folien gepackt und gehe da jetzt einfach mal durch. Viele Mails betreffen Änderungswünsche, was die OpenStreetMap-Datenbank und letztendlich dann auch die OpenStreetMap-Karte angeht. Es hat sich der Name von einem Gebäude geändert, hier eine Klinik. Es haben sich Straßennamen geändert. Dort ist eine Straße falsch geschrieben. Und Ähnliches, das kommt von Privatpersonen. Das können aber auch durchaus amtliche Mitteilungen sein, wie in diesem Beispiel hier, wo ich rechts auch noch mal den Teile des Verteilers mit reingenommen habe, um zu sehen, in welcher Gesellschaft wir uns da befinden. Da kann man doch ganz gut einschätzen, welchen Stellenwert OpenStreetMap mittlerweile hat. Dann haben wir weniger freundliche Anfragen und Wünsche. Hier ein Beispiel, ich würde mal sagen, des Versuchs eines anwaltlichen Schreibens mit Androhung eines Anwalts und Unterlassungserklärungen und Ähnlichem. Das haben wir auch schon als sowas in der Art, als echte Anwaltsschreiben bekommen. Wenn Wanderwege in OpenStreetMap durch Privatgrundstücke führen, über Privatwaldgebiete und so weiter, kann sowas durchaus passieren. Wurde aber bisher immer gütlich gelöst und Schaden vom Verein und von OpenStreetMap abgewendet. Die Anfragen kommen, wie gesagt, nicht nur von Privatpersonen. Jetzt hier keine Änderungswünsche oder Mitteilungen, sondern eine Anfrage nach Nutzungsmöglichkeiten von einer systemrelevanten Institution, Polizei, Feuerwehr, Hilfsorganisationen. Wie können wir OpenStreetMap-Datendienste nutzen, ohne da in Probleme zu kommen, gesperrt zu werden, ohne Lizenzrechte zu verletzen und so weiter. Also auch hier wieder ein Punkt, wo man sehen kann, dass wir durchaus auch relevante Daten und Dienstleistungen als Verein und OpenStreetMap-Community bereitstellen. Andere Fragen nach kleineren Hilfen, typische Endloser-Anfragen. Ich nutze diese und jene Karte. Wo kann ich eine Legende dazu finden? Da ist nicht alles klar. Ich benutze UMAP, habe eine Karte damit erstellt, habe jetzt aber den Bearbeitungslink verloren. Und möchte die Karte weiter bearbeiten oder möchte die Karte gelöscht haben. Davon erreichen uns auch relativ viele Anfragen. Auch diesen Leuten wird dann gerne geholfen, damit sie uns weiterhin freundlich gesonnen sind. Und wie gesagt, wir freuen uns ja auch einmal darüber, wenn unsere Daten und die Dienste genutzt werden. Eine besondere Kategorie der Änderungsanfragen betrifft noch dieses hier. Da haben wir jetzt hier groß den ADAC-Prangen. Es gibt auch noch andere Institutionen. Hier steht irgendwo was von der Allianz drin. Wir hatten auch schon andere Versicherungen. Wenn Privatanbieter die OpenStreetMap-Daten für ihre Apps benutzen. Und wo dann die Nutzer der Apps sehr schnell beim Verein landen, wenn da Fehler in den Kartendaten drin sind. Und wir darum gebeten werden, das dann eben möglichst schnell zu ändern. Denn wenn in der App steht, man darf nur 30 kmh fahren, und draußen steht, wenn man darf 50 kmh fahren. Dann gibt es natürlich sofort Minuspunkte beim Versicherer, weil man unvorsichtig fährt. Und das wollen diese Leute, die so eine App nutzen, natürlich auf jeden Fall vermeiden. Andere Anfragen betreffen konkrete Fragen nach weiteren Dienstleistern, nach weiterer Hilfe. Welche Produkte können wir benutzen? Wo können wir Support in Form von Schulungen und so weiter kriegen? Dafür haben wir in den letzten Jahren ja auch die Dienstleisterliste eingerichtet. Und wir haben auch eine ganze Reihe von lizenzrechtlichen Fragen. Was muss ich beachten, wenn ich eine OpenStreetMap-Karte drucken möchte? Teilweise kommen die Anfragen auch telefonisch rein. Was muss ich beachten, wenn ich OpenStreetMap-Karten, Foskes Software in einem Film benutzen würde? Da weiß man oft nicht, was für ein Produkt das wird. Aber wenn man wie ich dann so einen Filmabspann bis zum Ende liest, kann man uns durchaus auch manchmal bei Netflix oder im Kino entdecken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.